Hallo Dennis! Hallo Zagata! Wie geht's dir denn heute so? Ich weiß nicht, wie du heißt. Alle rein da! Hey Jungs! Kommt rein, Idiotis! Ein bisschen Finesse. Two Teams. Chopper Crew, Ground Crew. All of you will be flying in together. Ground Crew is going to jump into the labs, set off the EMP, make their way toward the information we're after while the power is down. Chopper Crew holds position in the air, deals with incoming security teams. Once the Ground Crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? So remember, if we never meet again, we never met at all. I love you all, which is why it's best we pretend that nothing happened. And if it did happen, it wasn't me, and it wasn't me, because I was never here. Stay strong. I love you all. Love you. And that's how we don't get caught doing. Ja, jetzt geht nochmal raus hier. Hau ab, ey. Ihn werden wir nicht vermissen. So, jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt teile ich mal ein. Ja, teile mal ein. Erstmal machen wir die Position. Ich bin Bodentrupp mit dem Sarazar, oder? Okay. Du kannst doch ganz kurz mal vorlesen, was wir da machen müssen. Ja, genau. Begib dich zur Valkyrie. Also das ist dieser Helikopter, den wir, ja, das ist ein schöner Name übrigens auch für ein Kind oder für eine Frau oder für ein Mädchen. Achso. Das ist der, den wir gestohlen haben vorhin, in der letzten Folge. Ihr wisst Bescheid. Ja, ne? Das war richtig krass. Achso. Flieh mit dem Fallschirm zum Parkplatz von Human Labs. Spreng die Steuerung zum Öffnen der Tür. Arbeite dich durch die Anlage bis zum Labor vor. Begib dich zu einem der Tastenfelder. Begib dich zum Aufzug. Begib dich zum Kühlschrank. Ach, Kühl, was? Kühlschrank. 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 Hol ne Cola raus. Begib euch durch den Schacht und sammelt euch am Strand. Zündet eine Signalfackel und steigt in die wunderschöne Dame des Helikopters. Okay, wir machen mal den Curry dann zum Piloten. Yes, sir. Und der Benni ist bestimmt ein fabelhafter Schütze, oder Benni? Ja, ich denke doch. Benni, wir beide machen das schon. Benni als Schütze. Ja, Benni mit der Elefant. Sehr gut. Wollen wir nicht vorlesen, was der Pilot und der Schütze machen? Genau, die Schütze müssen auch noch was machen. Läs doch mal vor, Schütze. Ja, Schütze. Ja, aber 15 Prozent, Dennis, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja, darf ich erst mal einteilen, Benjamin? So, Benjamin. Muss warten, bis sein Team hier die Landezone erreicht hat. Was musst du noch machen? Na, gute Frage. Ja, einfach auf deinen Charakter scrollen. Du musst auf deinen Charakter, dann siehst du das, was du machen musst. Ach so. Da steht da links der Plan, weißt du. Ich bin so fair, ey. Ich muss auch zur Valkyrie und dann warte, bis mein Team die Landezone erreicht hat. Ja, warte, bis der Pilot tiefer gegangen ist. Halte das Wachpersonal in Schach und halte Ausschau nach dem Leuchtsignal des Bodentrupps. Ja, sehr schön. Der Körper muss quasi dasselbe machen, ne? Ich muss dasselbe machen. Ich muss die Höhe beibehalten, während dein Team abspringt. Oh, das ist auch nice. Dann können wir weiter runter gehen, damit die Einrichtung geknackt wird. Und dann müssen wir halt das Wachpersonal im Schach halten. Wie baby, wie baby, wie baby, wie baby. Das ist echt fast das Gleiche. Warte, Dennis, ist heute Spendabel. Was ist denn da los? Das ist gerade Produktplatzierung für Babybel, oder was? Ey, was ist mit dir los? Dennis, das ist viel zu viel für uns, Mann. Das Problem ist, ich werde ja immer gehatet und so. Heute muss ich mal gut machen. Ja, aber du hast doch auch die ganzen Anfangskosten. Guck mal, da steht doch Anführer kosten 54.000. Ja, guck mal, das musste er bezahlen, weißt du? Das kannst du dir mehr nehmen. Los geht's jetzt! Komm, Benni. Warum kriege ich denn jetzt 30 Prozent? Weil du mir leidtust. Hä? Los geht's! Almosen. Der hat ja beinahe für neue Zähne gesagt. Okay, ich bin bereit. Ich hab das nicht gesagt, ne? Sag, er muss bereit machen. Wo ist der Dennis? Warte, zack, zack, los geht's! Ich hasse euch. Ey, ich bin nicht bereit. Okay, ich bin doch bereit. Ich aber nicht. Okay. Also, dann mal ab die Post jetzt. Ich bin gespannt, Leute. Woher waren wir denn jetzt? Ich freu mich, ey. Dennis, du musst starten. Ich freu mich riesig. Alter, die macht voll Spaß mit euch hier, die Heißmissionen. Leute, wir packen das. Wir packen das. Alter. Schweres Gefecht ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Man ist doch so langsam, oder? In dieser Kluft. Bist du dir sicher? Das glaube ich nicht. Ich hatte das Gefühl. Obwohl doch, in der vielleicht schon, ja? Nein! Ich mach einen. Mach mal einen auf Gefecht. Der Benni wieder. Komm, Dennis, wir machen einen auf Gefecht. Okay, Benni, ich zähle auf dich, ne? Wir sind ja die G's, ne? Die Bodentrupps, die Gentleman Gangster Style, ja. Ja, eben. Warum hast du mich so gut aus Auge? Ja, das hab ich auch. Ja, das hab ich auch. Mit den Daten wieder raus, nachdem die EMP ausgelöst wurde, geht die Hälfte des Teams mit Nachtsichtgeräten rein. Das kann man kaum lesen da, ne? Weil das so weiß darüber geht. Ja, das stimmt. Wenn der Rest ihnen im Kampfhubschrauber die Verstärkung vorm Hals hält, dann sammelt das Hubschrauberteam den Bodentrupp wieder auf. Sehr gut. Also, mehr müssen wir jetzt echt nicht erklären. Irgendwann los, labern wir nicht so viel. Ja, come on. Oh, wir stehen alle ineinander. Was? Ja, bei mir. Bei mir nicht. Wie der Curry, der den Helm auf hat hier. Hey Curry. Ich hab den Helm nicht auf. Was hab ich denn verhässliche Schuhe an? Also, wir haben beide den Helm auf. Wohl die Clown-Schuhe hat der Helm jetzt. Okay, Jungs. Benni. Oh, Benni. Könnt's dir gerne angucken. Warte. Komm mal. Wo bist denn du? Hier. Mein schönes Cabrio. Auf dem Weg. Guck mal, wer mich sucht. Wo bist du? So, hab ich hier die Beine aber sehen. Du standst genau unter der Wand. Wir fahren schon mal, ne? Steig mal deine Clown-Schuhe. Oh, schön. Schicke, schicke Treter. Ja, Meri. So. Kannst du mir das markieren, Benni? Alter, wo ist das denn? Ja, das ist wieder bei Meri-Better, ne? Kannst du mir das markieren, Dennis? Klar. Wo ist das denn? Helikweit, ne? Wie ein Kilometer. Könnten wir eigentlich schon mit dem Helicopter hinbekommen? Ja, bei uns auch, ne? Voll krass. Ja, ja, wir müssen die abholen. Die halbe Mission fährt man nur rum. Boah, was ist das denn, Mann? Ja, der Sarazard fährt jetzt gerade den Guardian hier. Guardian ist auf Galaxen. Voller Film. Voller Film. 1. Night Vision Goggles. When we trigger the EMP, the lights go out. You'll need to be able to see. 2. Re-Breather. You're going out through a cooling tunnel off the Re-Breather's compact, and it'll give you enough oxygen to make the surface. 3. Flare Gun. When you make the beach, shoot a flare and the chopper curl fix your coordinates. 4. Parachute for the drop. 5. Special Carbine with Suppressor. 6. Pump Shotgun with Suppressor. 7. Grenades. 8. Sticky Bombs. 5 through 8 you should be familiar with already. Pilot, gutter, here's what you're carrying. Parachutes, just in case. Grenades, just in case. And Sticky Bombs, just in case. And we're giving you Night Vision Goggles too. Okay? Alright. Okay. With Sticky Bombs or shoot. Yo! Ooh! That's what I'm trying to play here. Haha, Alright, I'm done. Cool. All that work, all that money, for everything, or nothing, that's a lot of pressure for four people to shoulder. But pressure can turn shit into diamonds. Or can turn diamonds into dust. What's it gonna be today? I've got faith in you. What else? What else? You can have faith in a ragtag bunch of reprobates, hastily assembled and offence solely by their hate, while they're created their bloodlust. Ich guck mal schon den Sarazag jetzt in der Ego-Perspektive, wie der vorne sitzt und fährt. Sieht so teilnahmslos aus, nicht? Ich weiß nicht, warum sind eigentlich unsere Türen weg? So, aber wir müssen eigentlich jetzt voll aus Rauschen aufgeregt sein, weil... Yo, 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 yo! Irgendwie dem Lester hört man viel lieber zu. Ja, das stimmt. Der Typ ist einfach unsympathisch unangenehm. Könnte man meinen, das wäre mein Bruder. Alter! Was denn? Das war aber richtig geil hier, der Move gerade. Hast du gesehen? Ja. Benny, bist du bereit? Nee, das mach ich lieber nicht jetzt. Nein. Ihr soll dich nicht abfressen. Doch, komm, fahr runter. Links kommen, Sarazag. Jetzt, komm. Alles oder nix. Ja, da sind wir auch übergefahren. Wir müssen dahin, wo wir vorhin das Auto abgeholt haben, Benny. Aber warum müssen die auch mit dahin? Ja, die müssen doch abspringen gleich, Benny. Ach so. Warum müssen die da nicht einfach bei uns mitfahren? Ja, das weiß ich nicht. Was denn? Vielleicht wollten sie nicht mit uns nochmal. Warum sind wir nicht mit einem Auto gefahren? Ja, ihr habt ja wieder eure Solo-Nummer dann gemacht. Ja, haben wir aber. Dass ja auf euren Kanal gucken kann. Ihr seid nicht, wollt doch denn Schuhe reinziehen. Dann seid ihr losgefahren. Ja? Ist so. Ja. Da würde ich mich jetzt erstmal öffentlich beschweren. Guck mal, Trevor. Trevor. Guck mal. Guck mal hier, Michael. Äh, 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 äh. Walter White wollte ich sagen. Walter White ist auch am Stillen. Oh, wenn ich das hier so sehe, ne? Muss ich dann wieder Better Call Saul gucken. Boah! Echt. Ich warte jetzt, echt. Ich hab jetzt ein paar Folgen gesehen. Vier. Und ich warte jetzt, bis alle da sind. Hammer das ja, ey. Guckt ihr die an. Guckt euch Better Call Saul unbedingt an, ey. Könnt ihr auf jeden Fall mal anrufen, auch. Ja? Ja. Ja. Das ist auch unser Viermannwein, ne? Unser Better Call Dennis. Ja. Genau. Die Nummer ist 09006666661. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Warum 1? 6, 6, 6, 6. Weil ich bin 450, Alter. Kennst du die Werbung? Wir sind schon 100 Jahre, Alter. Boah. Ey, mein Name ist Jeff. Da zuck ich jedes Mal zusammen, wenn ich dich sehe. Ich bin Jeff. Was, Curry? Du bist alle ein bisschen Jeff, oder? Was? Ja, Curry hat das letztes Jahr auch direkt mal hier bei, äh. Curry ist ja die Prostituierte vom Dienst. Ja. Richtig nice. Yo. Wir parken hier. Ey, wir werden fast auf dem Heli gelandet, Curry. Ach nein, das war alles abge... Was waren die denn hier? Abenteuer 18. Nee. Auch ihre Wurst kann zwar in den Namen. Abenteuer18.de. Oh, wenn du Curry wirst. Curry, mach mal mit ganz erotischer Stimme, sag mal Abenteuer18.de. Das ist ja deine erotische Stimme. Ach so. Ja. Aber letztens... So ein bisschen auf YouTube so rumgeserft, ne? Dann kannst du auch pikulos auf dem Kiez ausgeben, Alter. Wollte ich grad sagen, das ist ein interessantes Thema. Und zwar hab ich da gesehen, YouTuber, die Blutplatzierung für Alkohol machen. Ne. Und das sogar verlosen. Alter. Das mach ich nur für Gras. Puh. Ja, wir sind doch... Ihr seid doch im Helikopter hier. Wir können doch hier auch steigen eigentlich. Ja, bleib mal hier stehen, Leute. Ja, komm mal rein. Ich wollte noch ein paar U-Turns machen. Lass uns noch ein bisschen was Spaß haben. Jetzt komm, steig ein hier, Alter. Ja, ich bin noch nicht drin. Oh, töööö. Ehh! Achtung! Der schießt mich gar ab, der Dennis, der Arsch. Der geht doch gar nicht! Guck, du bist auf der falschen Seite. Das liegt daran, weil ich aus Stahl... Ja, ich muss aber erstmal ansteigen können! Weil jetzt wird irgendwas passieren, du musst der Charakter... Ja, der bricht immer das Manöver ab. Wie soll hier eigentlich jetzt sein ist rumläuft? Jawoll! Nämlich! Das war der finale Heist! In Sarazonen-Helikopter-Krieg. Die Leute dann auch drum geschießen. Jetzt kein Scheiß machen, Mann! Rah-rat-rat-rat-rat! Wapp, 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 guck mit dieser Humpenball an, Alter. Juhu, Sylvester. Leute, jetzt wird's ernst. Yeah. Oh. Lass es sein. Was wird los? Lass es sein, Dennis. Lass es sein. Das geh ich sagen. Meine Mutschel, das wischst du. Chopper Team holt Position above the Lab, trying to stop the ground team getting swamped inside. Hab ich heute erst angezogen, du hast das Steine, Mama. Das ist gar nicht so geil, wie es eigentlich aussieht. Komm, das war der Benni mit der rosa Maske, ne? Ja. Das war ein Versehen, ja, das will ich nur nochmal klarstellen. Ja, klar, das sagen sie alle. Ne, wenn du mal einen braunen Streifen in die Hose hast, kann man da auch berufen, ne? Ne, das ist ja das andere, das braunen Streifen, das macht der Pups mit Hand, ne? Ja, das mit der Laktoseintoleranz. Der Curry hat mal bei denen... Boah, guck mal da hinten, wie geil das aussieht, Leute. Boah, Leute, guck mal was unter uns ist. Boah, scheiße. Leute, ihr müsst rausspringen, ne? Warum? Ne, ne, du musst in die Markierung fliehen, du Holzkopf. Ich bin schon in die Markierung. Okay, ich bin rausgesprungen. Walle, hast du ein Falsch hier? Mach nichts. Doch, du hast einen. Okay, EMP wird gezündet! Jetzt. Bam, Licht ist aus. Und runter geht's. Okay, Walle, die Party steigt jetzt. Halt dich bereit, ne? Muss ich gleich schießen, ja? Ja, ja, wir müssen gleich sowas von rumballern. Doch, du hast einen. Doch, du hast einen. Ja, easy going. Ein Teamleben müssen wir jetzt sowieso abziehen, weil er jetzt wieder gegen eine Felswand knallt. Pass auf. Ja, mach ich. Nein, 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 nein. Wo soll ich gegenballern? Nicht nirgendswo gegenballern. Alter, wie der Jedi. Du brauchst den Schatten, das sieht richtig geil aus. Oh Mann. So Leute. Soll ich denn so zielen? Ja, jetzt müssen wir noch nicht zielen, Benni. Alles gut. Wo sind sie? Machen wir einen Absturz hier. Die beiden müssen das einbrechen hier. Wo ist der Walle denn? Ich bin hier vorne. Da oben fliegt der immer noch lang. Ja, ja, ich mach easy going. Ja, alles gemütlich, ne? Ja, alles easy. Wir haben noch Zeit. Wo ist der denn? Hier. Du hast da hinten was verloren. Da landet er. Auf dem Dach. War das nicht Wiggle Wiggle, Freunde? Okay, Wiggle Wiggle. War richtig Wiggle Wiggle. Nightwishens auf, obwohl es eigentlich hell ist. Aber Nightwishens auf. Ja, jetzt bist du da oben gefangen, ne? Das machen wir automatisch. Das war perfekt. Ich hab nur in dritte Rüstung vernäumt. Oh, jetzt ist das ein dritter Moment, ey. Okay, jetzt geht los. Okay, Jungs. Sprengt das Tor. Waffen in die Hand. Bam. Sticky Bomb. Achtung. Sticky Bomb. Oh, mich ruft wer an. Walle, geht er weg. Geht er weg. Geht er weg. Moment, ich muss hier grad mal mein Handy abschalten. Ich wurde angerufen. Boah, Alter. Jo, Jungs, sauber. Jungs, sauber. Viel Glück euch, Jungs. Dankeschön. Dankeschön. Ego, keine Zeit, Benni. Okay, da sind sie. Alter, wo sind sie? Wo sind sie? Einfach unten am Parkplatz, hier die Autos zu schüren und sowas. Ego, Perspektive, Walle. Nee. Das ist perfekt, ihr glaubt mir. Hier, der schwarze Auto, Benni. Kann ich nix treffen. Warte, der schwarze Auto da unten, Benni. Boah, okay. Jetzt müssen wir ganz kurz ein Snaggy essen. Warte mal. Warte geradeaus, das ist vor uns. Man hat hier so einen kleinen Radius. Du kannst auch rauszoomen, glaube ich, mit der Falltaste. Ja, ja, ja. Sehr gut, Benni. Sauber. Wie ist das Auto? Von rechts. Ja, warte, 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 warte. Sehr schön. Okay, ich bin wieder da. Der lebt noch. Hast du ihn? Nice, okay, super. Keine Sorge, wir halten die Jungs hier. Einer noch. Was ist das für ein krasses Artilleriegeschütz, ey? Nice, ne? Boah! Sehr gut, Benni. Arm! So. Ja, Walle, bist du da? Draußen ist noch alles klar, Jungs. Da. Hammer, Hammer, Hammer. Hier, pass auf, jetzt kommt die eine um die Ecke. Ja. Okay, rush. 1, 2, 3, rein da! Putz! Nice, nice. Oh, da ist noch einer. Ja, leicht kommt noch Nachschub, Benni. Boah. Ah, sehr gut. Hast du ihn? Nee, der lebt noch. Oh, ich hab ihn. Super gut. Da kommen sie schon. Jo. Oh, da steht einer. Oh, da. Die Deckung. Die schießen auf uns. Ja, Deckung ist gut. Ja, ja, die schießen uns fast weg, ey. Hier unten ist das Auto leicht. Ja. Hammer. Sehr gut, easy. Wir können weiter, komm. Ja, ich muss meine Energie regenerieren. Warte, 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 warte. Oh! Wo hat er gestartet? Alter! Wo hat Benni? Den müssen wir uns erst kümmern jetzt. Boah, okay, 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 okay. Ey, bis der hier einmal geschwenkt hat mit diesem Team. Ja, wir haben hier Luft, Dennis. Wir haben hier Luft. Ja, ich hab mir trotzdem eine Panzerhunde reingehauen. Ich kann nur nach unten schießen, ne? Okay, Warte, los geht's. Wir müssen hier rein. Hier, Benni. Jetzt. Fahrstuhl. Warte, wir müssen hier noch weiter, okay. Wo, 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 wo. Alles gut. Geradeaus. Wow, Rakete. Alter. Runter. Ja, 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 ja. Nice. Du hast ihn, oder? Ja, Schuss. Du musst da durchballern können wir euch nicht. Sauber, Benni. Boah, da müssen wir unbedingt drauf aufpassen, ey. Da ist noch einer. Einer lebt noch? Ja, und muss gerade nachladen auch in der Sekunde. Und irgendwo läuft noch einer rum. Wir haben beide noch gelebt. Ja, ja. Da. Hol'n dir. Ja, voll, Benni. Sauber. Wie läuft's bei euch, Jungs? Wir feiten uns alle durch. Alles gut, alles gut. Da an der Ecke, da an der Ecke. Pass auf, pass auf. Auto fiel in den Anmarsch. Ich fiel in die Richtung. Ich fiel in die Richtung. Geh mal in Deckung, geh mal in Deckung. Ist da ein Auto? Okay. Kriegst du eine Schleife? Jo. Weil da sind wieder auch Autos. Soll unsere Mütze aus. Zack. Jetzt bei uns noch. Sehr gut. Elikopter auch wieder in den Anmarsch. Oh, wir sind eingeloggt. Alles okay? Alles gut, alles gut, alles gut. Immer rüber. Unter uns. Wir müssen gleichzeitig aktivieren, ja? Warte, warte. Ja, jetzt echt genau unter uns. Eins, zwei, drei. Ich kann so ihn nicht treffen. Okay. Warte, ich muss ein bisschen weiter weg, ne? Okay, sag. Eins, zwei, drei. Ich bin schon, ich bin schon. Nein. Boah. Ja, läuft. Wir bewegen uns beide zu schnell. Ja, ich muss mich drehen sonst. Ihr seht uns an. Jetzt. Jetzt hast du ihn. Nice. Yes. Wir haben den PC. Wir haben den PC mit den Daten. Nice, Jungs. Aber hier ist ein mega Fehler. Warum funktioniert der PC, obwohl hier ein EMP ausgelöst wurde? Da hast du recht. Okay. Notstrom. Übertragung abgeschlossen. Ja, aber der müsste dann ja auch sein. Ja, ja. Ey, Alter, ich komm nicht raus. Was? Ich komm nicht raus. Warte, alles weg, jawoll. Ah, auf der anderen Seite, ey. Oh, dann hörst du den Weg versprechen. Das ist natürlich China. Weißt du, rausgefangen. Also Autos. Erstmal auf die Straße wieder. Ne Autos? Geht's irgendwelche Daten mit EMPs und schaltest am Bürostuhl. Nice. Noch eins. Freunde, wir sind im Kühlschacht. Boah. Alles klar, Jungs. Boah. Alter. Wir halten die Städte auf uns. Okay, und noch ein Auto oder auf dem Gelände, ne? Komm Rush. Ja, wir sind wieder eingeloggt gerade. Oh oh. Ready? Ja, da ist er. Hol ihn dir. Jawoll, sauber. Haben wir, haben wir, haben wir. Ist down. Oben, oben, oben. Oha. Ja, ja, ich steige. Mal kurz nachladen, sicherst du hier. Jetzt. Hol ihn dir. Da. Okay, 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 okay. Die Maske ab. Atemgerät auf. Yes. Jawoll. Sauber, Jungs. Boah, man sieht nichts. So, wo ist die Karre? Wo ist die Karre? Da. Warte mal. Noch mal uns. Warte. Sehr gut. Boah. Alter. Wo sind die Typen? Hier sind die glaube ich inzwischen. Pass auf, wir müssen jetzt ins Wasser jumpen, ja? Ja. Und wir müssen durch den Kanal schwimmen. Alarm, Alarm, Alarm. Okay. Scheiße, man sieht nichts. Autos. Zwei Helis wieder mal Marsch. Jo, wir machen erst die Autos. Ging da rein, oder? Boah, ich sehe nichts. Kann man das Night Vision nicht wieder aufziehen? Boah, push im Weg, push im Weg, push im Weg. Man sieht fast gar nichts, ne? Hä? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhalb vom Wasser bin oder nicht. Ne, du bist hier direkt oben. Kann ich das Night Vision nicht aufziehen? Ja doch, in Inventar und dann Inventar drücken. Aber wir können doch nicht beides aufziehen. Der hat doch gesagt, Atemmaske. Oh, Alter. Okay, weil, weißt du wie man taucht ja an der Heli? Direkt vor uns, direkt vor uns. Komm, Benni. Da ist so ein Schacht, oder? Ja, ja. Hol'n dir. Okay, go, 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 go. Alter, was war denn das? Jawoll! Jetzt den Weiten noch, den Zweiten? Ja, ja, ja. Ich seh'n. Hier runter, weiter runter. Da umdrehen und dann durch den Schacht. Und immer X. Habt ihr jetzt die Night Vision wieder offen, Jungs? Ne, wir sind, wir schwimmen grad raus. Boah, wie lange geht der? Halt, ich geh drauf, ich geh drauf. Der hat keine Atemmaske auf. Warum? Weiß ich nicht. Die musst du dir wieder aufziehen, Alter. Ja, Walle, schwimm raus, schwimm raus, Walle. Du hast ne bestimmte Menge Luft. Oh Gott. Ja, schwimm raus. Komm nicht hoch. Nein, 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 schwimm einfach weiter. Deine Luft regeneriert sich immer. Aber ich hab die Atemmaske drauf und so. Regeneriert sich nicht. Doch, doch. Nein, ich schwimm weiter, glaub mir. Mach. Okay. Jetzt hab ich das Atem. Wir schließen einfach die Leute ab hier, Benni. Du hast das bestimmt... Ah ja, regeneriert sich. Du hast das bestimmt abgezogen, weil du... Ich seh die. Ja, ja. Genau. Ach, da ist mal einer. Okay, ich komm, ich komm. Das ist natürlich auch doof, aber egal. Ihr könnt's hoffentlich erlauben. Ich komm, Walle, halt durch. Sehr gut. Boah, was für ein Rieschen. Hab ich denn erwischt? Nee. Boah, Alter. Hey, Curry und Benni, wir sind auf dem Weg. Yo, yo. Denkt an die Leuchtraketen gleich, ne? Ja. Alter, ich werd beschossen. Halt ihr durch, Jungs. Boah. Ich seh den nicht. Wir schwimmen mal durch die Kroacke. Der Baller hier. Der steht hier mitten auf dem Parkplatz. Ah, da. Jawohl, der ist tot. Jetzt haben wir uns die beiden noch. Ich bin gleich da, Walle. Ja, ich bin auch... Das ist noch ewig, Alter. Unter uns. Drei Stück. So ein langer Kanal. Da, ja, okay. Okay, okay, okay. Jawohl. Zwei hab ich. Super. Zack, den Felsen auch. Nice. Dann hab ich nach oben. Da kamen wieder zwei neue direkt. Ja, ja. Aber hier ist auf dem Parkplatz noch einer. Boah, wie tief wir waren. Ja. Komm schon, wir schaffen das. Wo ist der? Bist du schon draußen? Ich bin draußen. Im Strand? Da. Ja, ich geh jetzt zum Strand. Okay, super. Okay. Nice, Jungs. Nice, nice, nice. Da hinten sind auch noch zwei an der Tür, ne? Können wir mal eben hingehen? Können wir mal einen kleinen Besuch abstatten hier. Boah, der ist immer mega lang, ne? Boah, der ist immer mega lang, ne? Mega lang ist der. Sind die jetzt? Hier. Ah, da. So, Freunde. Spiel am Schluss. Dauber. Jo, wir brauchen die Leuchttaketen. Ich bin sofort da. Leuchtpistole einmal in die Luft, bitte. Hau raus. Dennis hat die. Ja, ich bin jetzt jeden Moment da. Uns wird überhaupt nicht angezeigt, wo ihr seid hier. Ich bin jeden Moment da. Okay. Ich bin aus dem Kanal raus. Ich komme zum Strand. Halte Ausschau, Benni. Ja. Du musst jetzt hier hinkommen, Dennis. Ja. Nee, Moment da. Ich tauche gerade auf. Super, Jungs. So weit, so gut. Oh, schön wieder an die Oberfläche. So weit, so gut. Okay. Das haben wir gut gemacht. Aufpassen. Also auf den einen Mini-Fail war das alles gut. Müssen wir gucken, wo die Jungs hier die Leuchttaketen ablassen. Na? Wie sieht's aus? So, jetzt kommt die Leuchttrakete. Ah, da. Ich seh's. Ich seh's. Da hinten. Alles klar. Heli ist unterwegs, Jungs. Da unten. Alter, seid ihr hier. Ja, Freunde. Wow. Ich komme in den Rotor. Alles gut, alles gut. Was tust du? Alter, Achtung, Achtung, Achtung. Alles gut. Ja, klar. Wolle Currys Skills zeigen, weil das aber beide alle in den Tod fließen. So. Nee, ich wollte einfach nur landen. Ja, hier ist aber ein bisschen rück runter. Ja, ist doch. Das geht doch. Du musst einfach nur dich auf den Boden drücken. Vorsicht, Vorsicht. Mach lieber langsam. Mach lieber langsam. Genau, so. Okay, rein, Jungs. Rein. Nee, die Flucht. Okay, ab die Post. Yeah. Let's go, let's go. Drop any very weather units coming out to you, then get out of there. Ihr gebt dich zum Treffpunkt. Sehr gut, Jungs. Wir würden uns noch nicht etwa mehr angreifen. Oh. Nein, überhaupt nicht. Da oben ist ein Helicopter. Benny. Jo. Ja, er ist zu hoch für mich. Jo. Ich geh jetzt rauf. Oh, Alter. Oh, scheiße. Wir haben rein gebräht. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ja, wir müssen drehen, sonst sieht er uns an. Benny. Jawoll. Nice, 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 mega. Noch zwei Stück, äh drei Stück. Nummer eins. Nächster Reich vor uns. Ja, ja, ja. Boah, wie geil das mit der Sonne aussieht, ne? Drückt ihn alles, was ihr habt. Er ist schnell. Wow. Komm, Leute. Go, 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 go. Alles drauf, alles drauf. Da holt uns den Busard, komm. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Nice, Jungs. Komm, leider, das ist echt ein bisschen blöd, das ist, aber das ist halt realistisch auch, ne? So ist es halt, dass es MGA nicht ganz rumkommt. Nee, vor uns. Da ist er. Jo. Wir haben auch hinter uns einen, Leute, ne? Holt ihn runter. Ja, ja. Wo ist der? Ja, hier hast du den. Wo ist der была denn? Wow. Ja. Okay, Go, 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 go. Du hast den Piloten ausgestattet. Wie nice war dass denn, Alter? Ich hatte den Piloten nicht. Nein, Alter. Geiße. Okay, wir fliegen noch. Häuser, Häuser. Trau dich. Woa. Die nicht. Bin auch verloren. Der ist vor uns, direkt vor uns. Ah, da. Okay. Go, 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 go. Go, go. Nice. Boah, da haben wir mal mitgekriegt, ey. Nice, Jungs. Aber geil. Hammer. Waren das alle? Ja. Das waren alle. Oh, Mann, ey. Komm, wie schön das aussieht da hinten. Alter Verwalter. Ui, ui, ui. Das war ein Heist. Das war ein Heist, ja. Auf jeden Fall. Das ist eine Mission, Alter. Ohne Scheiß. Ey, das ist richtig Bock gemacht. Hör, deine Skills in allen Ehren, ne? Aber willst du uns umbringen? Was denn? Mach doch gar nichts. Ja. Dann schieße ich erstmal zur Freude drauf los. Ja, na, 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 na. Wir haben es geschafft, Freunde. Oh, oh, oh. Here we go. Einde, richtig gut. Voll der Gangster-Treff hier. Männern hatten Zügen. Sehr gut, Jungs. Sehr, sehr gut, Jungs. Ach, das ist die Altennüge. Wenn ich die Agenten in der Pflege rief, musste ich sie entzupfen, sie schocken, sie schocken, sie schocken, sie schocken, sie schocken. Du wirst niemals wissen, was ich tun musste. Jetzt, wahrscheinlich, all you gotta do is give them a couple bucks and a few kind words. I guess there really is no accounting for stupidity. But, and I'm serious now, as stupid as you are, you are not gonna talk about what happened here. Because your usefulness, to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Ja, Mann. So läuft der. Badass motherfuckers, Alter. Yo, yo, yo. Wiggle, wiggle. Jawohl. Ja, verdient, Curry, Benny. Alter, super. Au, Benny's Bonze. Benny, was ist da los? Oh Mann, weißt du, ich hab die meisten Leute getötet, gerade irgendwie, ne? Ja, aber es hängt auch davon ab, glaub ich, wie oft du verletzt wirst, wie du da durchrushst und wie dein Skill ins Klamm wird. Wurde kaum verletzt. Ob du Styles machst. Ich glaub, das Spiel hat überhaupt keine Ahnung. Ob du geile Styles machst. Weißt du, das ist das dümmste Spiel, was ich jemals gesehen hab. Ich hab den Piloten rausgeschossen mit einer Idee. Ja, Hammer. Das gibt auf jeden Fall Extrapunkte. Ja, genau. Und das weiß das Spiel dann, dass das so cool ist. Ja, natürlich. Das Wichtigste ist doch, dass wir es geschafft haben. Und wir uns alle lieb haben. Das Wichtigste ist, dass er für den besten GTA-Spieler der Welt ist. Und ich bin sogar nett, den findet ihr beim Mafuyu X auf dem Kanal, ne? Ja, 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 ja. Mafuyu X. So, was machen wir denn jetzt? Ne, war geil, ey. Ohne Scheiße. Da schmeißen die Puppi zum Klub und schreien, ey. Achso, was? Yeah. Oh Mann, Baby. Komm, da schmeißen wir noch ein paar Dollar zwischen die Spalte, äh, zwischen, äh. Alter. Oh, schuldig. Oh, was, ey. Oh, da steht einfach so ein Wasch-Spieler im Laden, ey. Oh, die Sympathie bei Niki steigt. Aber die Niki habe ich eh schon im Handy. Die brauch ich gar nicht mehr. Guck mal, wie der Curry. Der Curry wirft sein ganzes Geld da rein, weißte. Yo, 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 yo. Wollen wir doch mal rausteilen hier. Yo, money, wiggle, wiggle. Auf jeden Fall eine richtig geile Mission, ey. Ja, der Curry, ey, der holt das hier. Irgendwie aus seinen kleinen Handschuhen. Seinen Lackhandschuhen. Zack. Guck mal. Yeah. Nimm die Dollars, nimm die Dollars. Nimm doch. Drei Dollar, hier. Yeah, es regnet. So, jetzt nur einen Dollar und jetzt wieder drei und jetzt wieder einen Dollar. Jawohl. So ist das schön. Yeah. Ach ja. Aber wir können uns hell fahren hier, oder? Also, es reicht. Okay. Das reicht. Okay, gut. Ja, die hat jetzt ausgesorgt, glaube ich. Ja, ja. Mein Job ist getan, ne? Ja, aber es war, es war eine Ehre. Es war eine schöne Zeit. Ey, das hat richtig gut geklappt, wie bei Salzburg. Ey, Waschberg, geh mir aus dem Weg, ja? Aber, aber, ey, 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 willst du Stress? Was tust du, was willst du? Vanilla, komm. Gib mir deine Prallen. Vanilla? Vanilla. Vanilla, gib mir deine Prallen. Ey, trink nicht so viel, Alter. Oh, Vanilla, du weißt, du und ich, ne, wir könnten eins werden. Vanilla ist der Laden, Alter. Ich seh gut aus. Achso. Jetzt probiert er wieder die Waren. Oh, der Pro-Bee-Bee, Alter. Vanilla, lass dich von diesen Idioten in die Abläufe. Die war eigentlich gerade da weg. Alter, der Waschbär und der komische Mann mit der Maske da. Ja, du gehörst nur mir. Baby, hör mal zu. Ich hab nicht nur eine Frau auf diesem Planeten. Dann geh ich halt vor die Tür. Oh, du bist so zu Kopf gestiegen. Ja, oder kippe ich noch den Nächsten hinterher, Vanilla. Du, ne, ich, der Abend ist noch jung. Wir können den Waschbär auch mit einbeziehen, wenn du willst. Ja, den Waschbär, den, den... Ja, komm ich mal raus hier. Könnt ihr mich... Willst du denn von mir, hallo? Alter, ihr habt... BAM! Könnt ihr mich Taxi hüten? Ich konnte die ganze Zeit nicht ordentlich schießen, weil du... Ey, du scheiß Waschbär, Mann. Oh, ich brauch ne Taxi. Oh, ich weiß gar nicht, wie du hast. Hallo? Wo bin ich denn hier? Boah! Boah! Alter! Alter, du bist voll in den Schuss reingedackelt, Alter. Der hat Besoffenen getötet. Ich hat mich scheuert. Ey, sag mal, aimt der heute noch mal an? Was ist denn hier los? Willst du snipen, oder was? Nee, ich will einfach aimen. Das war ich betrunken, doch jetzt geht's mir wieder gut. Mach der nicht, ich hab grad mein Auto-Aims irgendwie aus. Wie geht das wieder an? Echt? Ist aus, ja? Ich hab immer so erschossen, aber... Oh. Kommt, Jungs. Wir gehen in Frieden. Das ist jetzt, danke. Ja, ne? Hier, mit diesem wunderschönen Bild hier. Ja. Wir gehen in Frieden. Guck mal. Und verabschieden uns. So kann man doch die Folge beenden. Ja, ne? Ja, toll. Alter, das war mal eine richtige Schichtgeschäft. Hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Und der nächste High-Shop steht schon in den Startlöchern. Und bei Vanilla auch noch. Schaltet ein, habt Spaß. Und zum Abschluss muss ich noch eins sagen. Schaltet ein, habt Spaß. Wir haben den da. Wir haben den da. Wir haben den da. Sehr schön. Boah, Alter. Was ist da los? Yo, 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 yo. Ich, das war das... Oh, fuck. Schade, ich wollte es genau dasselbe vor, ne? Ja, der hatte den Falschen. Hey, Waschbär. Hey, Waschbär, du kleiner Kack-Waschbär. Man nennt den Benni auch unter seinen Freunden Waschi. Ja, Waschi, Waschi. Weil die schon in den Müll gewählt. Wischi, Waschi. So, lieber. Boah. Das reicht jetzt aber auch, ne? Juhu. Alles klar. Wickel, wickel. Bis zur nächsten Episode. Übermorgen geht es weiter, glaube ich. 17 Uhr. Schaltet ein, seid dabei und habt Spaß. Bis dann, Freunde. Bis dann, mit Vanilla. Tschüss. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.